Musik Ja hallo der Michel hier von Mika News Ich stelle euch heute vor den RC10 B6.3 Team Edition Es gibt zwei Kids Einmal die Teppich Variante Dann gibt es die Dirt Variante Ich habe hier die Teppich Variante Also sprich wenn viel Griff vorhanden ist Dirt Variante ist eher für Rasen, für Lehm Also für solche Strecken wo halt weniger Griff ist Es gibt da schon einige Unterschiede zwischen beiden Kids Kann ich mal kurz erwähnen Was da anders ist Vieles wurde bei den Fahrzeugen übernommen Vom Vorgänger Also man hat sich so ein bisschen auf die Basis verlassen Von dem Vorgängermodell Klar man hat jetzt die Plattform nicht komplett geändert Aber es gibt ja trotzdem noch einige Neuerungen So Symmetrische Querlenker Verbesserte Geometrie und Steifigkeit Dann man hat hier Frontspoiler und neue Halterungen Wir haben eine neue Karosserie Also neues Design Für den niedrigen Schwerpunkt Das ist ja bei allen Fahrzeugen Ja das 9 Plus Ultra Man möchte das Gewicht so tief wie möglich haben Man möchte natürlich auch eine ausgereifte Balance Also dass die Fahrzeuge immer schneller werden Immer besser werden Immer einfacher abzustimmen sind Und das will man mit dem neuen Teamkit Also mit dem RC10 B6.3 Natürlich auch erreichen Was hat sich noch geändert Wir haben hier ein neues Chassis Plus 3 mm Ist etwas länger geworden Wir haben breitere Aufhängungsträger Also Querlenkerhalter Das ist quasi auch hier zu sehen Sieht man hier auf dem Bild Hier oben Um quasi ja 73 mm Querlenker zu verwenden Und dazu die 69 mm CVA Nennen sie sich Antriebswellen verwenden zu können Neue Servo Halterung Die ist jetzt direkt am Chassis verbunden Also man hat das geändert Man hat ja das früher immer anders gemacht Jetzt hat man das wieder in diese Richtung gemacht Dann haben wir Carbon Lenkplatten Das ist hier Plus 1 mm Gibt es in verschiedenen Varianten Also man kann das natürlich auch als Tuning Option Sich kaufen Oder andere Größen Dann hat man jetzt Abdeckung für die Dämpferbrücke vorne Gut Ist eine schöne Sache Gerade wenn man auf Teppich fährt Braucht man das ja Also von der Seite her Eine gute Sache Dann integriert Der Lüfter ist nicht mit bei Aber man hat hier eine Lüfterhalterung jetzt mit bei Also braucht ihr euch nicht irgendwie drucken Oder ähnliches Die ist jetzt im Set Auch bei Was ist noch bei Auf der anderen Seite Wir haben hier Wie gesagt das neue Servo Haltesystem Das ist bekannt Das habe ich ja schon erzählt Dann haben wir hier eine Aluminiumplatte Für den Fahrregler Und Den Empfänger Das ist auch schon serienmäßig jetzt mit bei Dann haben wir hier Ja Carbon Dämpferbrücken Vorne wie hinten Auch schon bei Also jetzt nicht anderes Ansonsten Wir haben neue Slipperpads Die nennen sich Also ganz genau Nennen die sich Oh Eine neue HD Slipperfeder ist auch mit bei Und dann die LC Aus LCF Material Sind die Slipperpads Das ist auch noch neu Am Fahrzeug Wir haben jetzt einen Stabilisator Vorne und hinten Ist serienmäßig drin Weiß nicht ob es mal im vorhergehenden Kit drin war Bei mir war es zumindest nicht Ich habe hier die Beziehungsweise Bei mir war es mit drin Ich habe den hier noch Den 6.1 Also Die Vorgängerversion Chassis Die sagt Plus 3 mm Ist überarbeitet worden Also man hat nicht nur Neuerungen gehabt Hier drin Man hat auch Teile einfach nur Überarbeitet Modifiziert Verbessert Oder in dem Fall Beim Chassis halt verlängert Die Dämpferbrücken Noch ein Thema dazu Beziehungsweise noch mal Kurz was dazu Die haben jetzt noch Eine feinstufigere Abstufung Der Dämpferposition Also da sind jetzt Ein paar Löscher mehr Dazugekommen Beziehungsweise Die Abstufung ist halt Nicht mehr so grob Die ist etwas Feiner gewählt Also man kann Das Fahrwerk Oder beziehungsweise Die Dämpfung Noch filigraner Noch genauer Einstellen Ja das Chassis Ist ja auch neu Dementsprechend Seitenteile Also sprich Wir haben ja rechts und links Diese Seitenbangen Das ist auch Etwas überarbeitet Ganz klar Nicht nur wegen der Servomontage vorne Sondern eben auch geschuldet Weil das Chassis anders ist Die Radmuttern Die sind jetzt gezackt Mal sehen ob wir uns Die ansehen können Auch wieder schön Wenn die flach sind Ist klar Die halten natürlich Nicht so schön Die Felgen fest Wenn die so gezackt sind Dann gehen die natürlich Besser in das Kunststoff rein Und krallen sich Quasi fest Und dann lösen Die sich noch Weniger Das ist eigentlich Noch eine schöne Sache Die Dämpferaufnahme Ist jetzt Steht hier mit einem Gewindestift Und einer Mutter Mal sehen Ob wir das jetzt hier sehen Und Ja Flügelhalterung Sieht man jetzt Oder sah man jetzt hier nicht Wird da auch überarbeitet Aber ich würde sagen Wir machen mal ein kurzes Unboxing Ich gucke mal rein Ins Fahrzeug Dann könnt ihr sehen Wie das aussieht Ihr werdet natürlich Nicht viel sehen Interessant ist hier Der Vertrieb in Europa Beziehungsweise halt In Deutschland Österreich Weiß jetzt nicht Welche Länder noch Dazukommen Ist über Rudok Der hat hier sein Siegel nochmal Mit drauf gemacht Neben dem Siegel Ähm Von Team Associated Wenn ihr das hier aufmacht Ähm Bitte nicht verletzen Weil Auf ihm ist es natürlich scharf Wie gesagt Ähm Von Rudok Ist hier ein Siegel mit drauf Ist der Importeur Ah Ich hab hier noch eins vergessen Wie gesagt Darauf achten Ob die Siegel drauf sind Wenn ihr den Baukasten Äh Kauft Dann wisst ihr auch Dass der original verpackt ist Und Noch Ungeöffnet ist Ansonsten Klar Der B6.3 Ist ein 2WD Hecktriebler Maßstab 1 zu 10 Und speziell für den Renneinsatz Gemacht Ähm Radstand 280-282 mm Könnt ihr hier einstellen Bei dem Fahrzeug Ihr habt Meint So was haben wir hier noch bei Wir haben hier ein Kugeldifferential bei Hab ich zumindest gesehen Ähm Ein 1, 2, 3-stufiges Getriebe Motor ist nicht hinten Motor ist ganz klar Ähm Mittelmotor Also sprich eher in der Mitte Anzusiedeln Aber gut Das haben wir seit Äh Jahren Dann Im Kit mit bei Wir haben hier keinen Wasserfall mehr Ich glaube ich hab hier noch so einen Wasserfall Drinnen Bei 9 Gut Ich hab hier auch hier in der Arbeit Ich hab hier so einen Lüfterhalter dran Aber ich hab hier so einen Lüfter Äh so einen Wasserfall Drinnen Und hier ist jetzt bei 9 Beziehungsweise wahrscheinlich War glaube ich schon beim Beim 6.2 Hat man jetzt so eine Äh Spurstange dann Vom Akkuhalter Nach hinten Ist nochmal besser Ist ein bisschen Also Bringt Steifigkeit in die Richtung Aber Bringt mehr Flex Äh In Querrichtung Je nach Strecke Kann das durchaus so ein Vorteil sein Uhuhuhu Baukasten öffnet sich Guckt mal was hier drin ist Hätte ich nicht gedacht Coole Sache Äh Wir haben hier Ein Er hat doch reingeguckt Oder Es wurde von Team Associate Schon reingelegt Wir haben hier Ein Handtuch Coole Sache Bin ich jetzt total überrascht Hätte ich gar nicht erwartet Dass das jetzt mit Äh Im Set Bei ist Dann haben wir hier Die Spurstangen Dämpferringe Äh Und die Aluminium Äh Dämpfer Feingewinde drauf Da könnt ihr die Bodenfreiheit Federverspannung einstellen Es kommt immer drauf an Äh Was äh Zuerst passiert In Anführungsstrichen Dann haben wir hier Diese Titan Ich glaube das sind Titan Äh Legierungen drauf Diese Kolbenstangen Dann die Rente Die sagt Rente Mutter Ist in blau Älopsiert Ist halt so typisch Team Associate Diese blaue Factory Farbe Ähm Ansonsten Total bewährt Die Dämpfer Da gibt es glaube ich Gar nicht viel Drüber zu sagen Über diese Dämpfer Hier Die sagt Komplett aus Aluminium Und äh Ja Passt ja eh nicht Dann haben wir hier Den passenden Schlüssel Und Spurstangen Rechts Links Gewindestangen Hier die passenden Kugel Pfannen dazu Da könnt ihr halt Einfach hier Durch das Loch Hier ist ein Loch Geht ihr mit den Inbusschlüssel Durch Und dann könnt ihr die Abschrauben Und wieder Festschrauben Also sprich Wenn ihr die mal Montiert habt Müsst ihr die nicht Jedes Mal abreißen Und wenn ihr Jedes Mal Also jedes Mal Von der Kugel löst Dann wird ja Das Spiel immer größer Hier lutscht ja Irgendwann mal aus Die Kugelfanne Und das könnt ihr Verhindern Indem ihr halt Oder was heißt Verhindern Ihr könnt das halt Einfach dem Ganzen Entgehen Indem ihr halt Die Kugelfanne Drauf lasst Und den Inbusschlüssel Durch geht Und dann quasi Ja Wie soll ich sagen Und dann Die Kugel Kopf Abschraubt Und in eine neue Position setzt Oder ihr schickt Eine Scheibe drunter Es gibt ja Vielseitige Sachen Einmal kann man Die Position ändern Zum Beispiel Um die Spurstange Länger zu machen Um den obere Querlenker kürzer Oder länger zu machen Dann müsst ihr Natürlich Die Position wechseln Musst natürlich Später klar Die Einstellung Neu machen Aber ihr habt natürlich Auch die Möglichkeit Die Höhe zu ändern Also praktisch nur Position beibehalten Aber was drunter zu legen Und dann könnt ihr Dadurch halt Zum Beispiel Das Rollsender Einbringen Zumindest am Querlenker Bei der Spurstange Hat das wieder Einen anderen Effekt Da habt ihr einmal Die Möglichkeiten Ackermann einzustellen Durch zum Beispiel Wechseln der Lenkplatte Oder das Bumperstier Zum Beispiel Einzustellen Indem man halt Scheiben Zum Beispiel Außen drunter setzt Ja Das sind so Unterschiedliche Möglichkeiten Hier haben wir aus Kunststoff Die hinteren Radträger Habt ihr auch wieder Die Möglichkeit Mit Buchsen einzusetzen Und dann praktisch Die Höhe Des Radträgers Zu verändern Hier sind die CVA Wellen drinnen Querlenker werden gehalten Beziehungsweise die Radträger Werden im Querlenker gehalten Einfach mit einer langen Stiftschraube Und dann gesichert Mit einer Stopp-Motor Das ist jetzt hier Ein Z mit bei Dann hier die Querlenker Die Ja Die sind symmetrisch angeordnet Beziehungsweise Nein Eigentlich nicht Ist ja falsch Weil dann werden die Auf beiden Seiten gleich Also ihr habt hier wirklich Die passen nur auf einer Seite Weil wenn es so rumdreht Dann müsstet ihr Hättet ihr ganz andere Anlenkpunkte für den Dämpfer Beziehungsweise Ja ihr müsstet die Dämpfer Nach vorne oder hinten Wechseln Weiß ich gar nicht Ob das geht Hab ich jetzt noch gar nicht Auf dem Schirm Dann haben wir hier Die Aluminium Aufnahmungsträger Auch blau elixiert Mit den Grauen Buchsen Ist bekannt Ist eine coole Sache Weil wenn ihr mal Die Vorspur Das Rollcenter Den Anti-Squad Oder Anti-Drive Ändern wollt Könnt ihr das einfach tun Indem ihr die Buchsen Verändert Genauso könnt ihr halt Auch die Spur Damit Variieren Ja Kommt ja immer drauf an Wo ihr Das Einfetzt Dann haben wir hier Ah da sehe ich auch schon Die Lenkhebel Klar durch die Lenkplatten Habt ihr nur die Möglichkeit Ja Die Lenkhebel passen halt Nur auf eine Seite Also auch wieder Rechts links Äh Verschieden Verschieden sah ich schon Ja klar Verschieden Und die Oh das ist wieder Schwer zu sehen Die C-Hub sehen Ziemlich gleich aus Nein Die sind auch wieder Anders geformt Also die C-Hub sind Auch wieder Hm Die müsste halt auch wieder Äh Passen auch nur Auf einer Seite Dann haben wir hier Im Set Da muss ich mal gucken Was das ist Im Set haben wir hier Aber komischerweise Vier Ähm Lenkliebe drinnen Normalerweise braucht man ja Plus zwei Warum hier vier drinnen sind Gute Frage Äh Sehen wir jetzt erstmal Optisch gleich aus 3R steht hier drauf 3R und 4R Okay Dann haben wir hier quasi Äh Ja Unterschiedliche Maße Also einmal 3R Und einmal 4R Dann zusammenbau Bitte nicht Verwechseln Dann im Blau Eloxid die Radachsen Und Die laufen natürlich In Kugellagern Also das Fahrzeug Ist natürlich Komplett Kugellagert Also macht euch da keine Sorgen Die habt ihr hier mit bei Hier haben wir den Akkuhalter Hier sieht man Also ich sehe es hier Natürlich besser wie ihr Hier sehe ich die Radmuttern Die wirklich diese Riffelung haben Hier ist der Kugellagersatz Da ist es schon typisch Auch wieder typisch Für die letzten Jahre Warum man das macht Ja man versucht die wichtigsten Sachen Oder die wichtigsten Stellen Ähm Abzudichten Also wir haben hier offene Lager Und wir haben hier komplett gedichtete Mit dieser blauen Dichtung drinnen Und ansonsten sind die anderen offen Ja Also offen Die haben schon Metallring Aber die sind eben Äh Nicht schön abgedichtet Mit dieser Gummi Dichtung Mit dieser Gummi Lippe Ähm Ringsrum Ja warum Warum man es nicht komplett macht Wäre ja viel einfacher Ich glaube die paar Cent Die hätte man immer übrig Ähm Baukasten kostet Beide Varianten Egal welchen ihr kauft 349,90 Also knapp 350 Euro Hier jetzt die Neuen LCG Ich glaube LCG war es Diese Slipperpads Die sind hier mit drin Dann haben wir hier oben Den Wasserfall Den haben wir hier sogar Zweimal Ich gehe mal von aus Der hat auch Ja Zweimal Der hat also Wenn ich jetzt hier so Mal näher rangehe Zu euch Hier Es gibt eine kurze Variante Und es gibt eine lange Variante Also Da auch wieder so eine Setup Option Ähm Dann haben wir hier Äh Aluminium Motorplatte Klar Ist heute Standard Hauptsangrad ist mit bei Ganz klar Und Hier eine Getriebeabdeckung Klar Äh Sollte man schon dran bauen Damit man Mit der Hand mal da hinten dran fest Ist ja hier Bei mir ist es hier offen Aber falls man hier rankommt Ne Dass man sich nicht Die Finger einklemmt Dafür ist die Abdeckung da Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht so früh Aber jetzt sind wir hier Karosserie Ja der Trend wird auch Äh weiter verfolgt Ne Also es ist jetzt hier keine Änderung Beim Mb6.3 Mb6.3 Muss man natürlich ausschneiden Muss man natürlich ausschneiden Ist ja Im Baukasten Ist ja kein R2R Also hier müsst ihr noch ein bisschen rum schnüppeln Und Schutzfolie nicht vergessen abzumachen Wenn ihr lackiert habt Spoiler Haben wir Frisch Wir haben einen Spoiler bei Linien sind schon angezeichnet Löcher für die Buchung sind auch Äh vorhandene Wo ihr praktisch den Spoiler befestigt Ähm Hier bei der Karosse Es sind die Löcher für die Karosse nicht Aber es kann natürlich sein Dass sie einfach nur Mit Kleckband festgemacht ist Hier wie gesagt Ausschnitte Hier habt ihr sogar zwei Verschiedene Ausschnitte Hier Ähm Im hinteren Bereich Je tiefer ihr schneidet Je mehr Abtrieb habt ihr hinten natürlich Je mehr ihr drauf lasst Je mehr habt ihr Also es wirkt sich wieder aufs Fahrverhalten aus Aufs Sprungverhalten Da Bietet sich immer an Einen zweiten Spoiler mal zu anzuhaben Um mal zu testen Auf den Strecken Was einem besser Äh gefällt Hier haben wir Zwei Frontflügel Also einer da Und einer dort Für die Vorderachse Um Da mehr Abtrieb zu bekommen Hier haben wir jetzt Die Ja Auch wieder Ja leicht geschwungene Querlenker Vorne Also die In Gullwing Äh Design Ist glaube ich nicht mehr so krass Ich glaube bei mir war es noch krasser Naja minimal Ähm Ich glaube ja manchmal schon extremere Varianten Aber hier ganz normal Ich hoffe ein bisschen sieht man es Die Sachen Dann haben wir hier Ganz lange Teile Ganz lange Teile meine ich Hier kommen wir näher ran Hier Und hier Die Seitenplatten Fürs Fassi Was das ganze quasi Nochmal richtig verstärkt Dann haben wir hier die Ich weiß gar nicht Ob ich von der Hinterachse Schon mal gezeigt hab Oder ob es schon irgendwo drin war Ähm Sieht man hier schlecht Wahrscheinlich Aber ich mach's jetzt auch nicht Extra alles auf Oh Hier steht Auf der Dämpferbrücke Warum auch immer Auf der Dämpferbrücke Steht Nullwing Drauf Kohlefaser Dämpferbrücke Hab ich ja schon gesagt Ist äh Mit bei Stadisatz ist bei Oh ziemlich stünn Das ganze Teil Dann haben wir hier noch Äh Ja Die Akkuhalterung Und die Platte Ja Ja Die Stahlplatte Ist hier auch mit drin In dem Set Also wir haben ja für die Elektronik So eine Stahlplatte Die hab ich euch ja schon gezeigt Auf dem Bild Die ist Hier zu sehen Da Die ist Im Set mit bei Das bringt den Vorteil Ich hab sie mir noch nachkaufen müssen Bei dem Auto Muss ich mir die nachkaufen Ähm Bringt natürlich den Vorteil Ihr habt natürlich Erstmal Gewichtrichtung Vorderachse Gewinnt ihr Durch die Platte Und dadurch dass die Platte Äh nicht so weit oben hängt Sondern tief Also nochmal unter der Elektronik Ähm Denkt ihr natürlich auch den Schwerpunkt Also damit bringt ihr einmal Gewicht nach vorne Und Natürlich auch Äh Schwerpunkt nach unten Und wie gesagt Äh Schwerpunkt Es ist ja die Es ist ja entscheidend Die Gewichtsverteilung von vorne nach hinten Aber man hat ja schon Äh Ein besseres Gewicht nach vorne gefunden Indem man den Radstand halt Verlängert Und hier Ich hab's klar Ja ich hab's natürlich hier nicht drinnen Ähm Also zumindestens oben nicht Ich hab hier unten Das sieht man jetzt ganz schlecht hier unten Den Quälinger Halter Unten ne hab ich zum Beispiel aus Messing drinnen Es gibt hier oben diesen Halter Gibt's ja auch nochmal aus Alu Ich glaube auch aus Messing gibt's ja auch Zum Beispiel von Die RP Also Revolution Design Äh Bei Rudok auch im Programm Äh Und damit könnt ihr auch nochmal das Gewicht nach vorne setzen Also sprich nochmal die Gewichtsverteilung von hinten Richtung Vorderachse Ähm Verschieben Weiter Plus sind die Chassis wieder gleich lang. Es kann sein, dass es zwischendurch mal die Variante gab, wir gehen auf ein kurzes Chassis und der ist wieder ähnlich vom Chassis. Wenn ich das jetzt hier nochmal vergleiche, dann bin ich jetzt ein bisschen ratlos, würde ich jetzt mal sagen. Das ist mit meinem 6.1 Chassis, ja, ich würde sagen, mit meinem 6.1 Chassis völlig übereinstimmt. Also, ja, die Kontur ist verändert, wir haben auch hier andere Aufhängungspunkte wegen der Servohalterung, also es ist schon noch vom Layout was passiert, also vom Layout an sich außen und so. Aber vom Radstand her, würde ich sagen, mit meinem 4.1 völlig identisch. So, was haben wir hier noch? Schwarzes Diffet, dann haben wir 5000 CST, für das Kegeldifferential hinten, 45 und 35er Silikonöl ist mit bei. Dann gucke ich mir nochmal hier, die Verpackung an, was wir hier haben, die Slipperpads, okay. Ich packe mal wieder alles so weit zusammen, muss natürlich hier noch, bevor wir hier reingucken. Dann haben wir hier die Aufhängung, Karosserie, die Aufhängungsteile. Und hier, na, ich wollte gerade sagen, hier haben wir das, Kegeldifferential. Das ist hier unten im Z-Trenner. Schauen wir hier nochmal Richtung Anleitung. Jetzt muss man hier alles aufschneiden, das ist immer alles klasse. Also, haben wir natürlich jetzt hier keine vernünftige Schere. Schauen wir uns das mal an. Die Anleitung. Wie die im Einzelnen hier aussieht. Beziehungsweise, was wir hier jetzt sehen. Anleitung. Klebeband. Antennenröhrchen. Doppelseitisches Klebeband. Dann haben wir hier, Kleckband. Einmal für Karosse, einmal für die Seitenwangen, zum Befestigen. Dann haben wir ganz normal hier, Karosserie, Scheibenaufkleber, dass ihr die abkleben könnt. Aufklebesatz. Wir haben hier, oh, ein kleinen Werbeprospekt. Okay. Auch mit bei. Ah ja, muss ja sein. Warum nicht? Führt einfach dazu. Hier haben wir die Anleitung. Mal sehen, wie rum, oder wie man die aufmacht. Okay. Hier. Ist ganz normal aufgebaut. Typisch im, ja, ich sag mal, im Style, wie es ein Asomfahrer kennt. Also, das ist nichts, nichts, nichts Neues in der Hinsicht. Wir haben hier, neben Bildern der Anleitung, wir haben hier sogar die Beschriftung der Schrauben. Wir haben keine 1 zu 1 Anbildungen, aber es stehen halt die Schrauben läng, stehen drauf, die Lagergrößen stehen drauf. Also, das sollte kein Problem sein. Vor allen Dingen, die Bilder, die sind eigentlich ziemlich aussagekräftig. Dann sind alle Bags, Tüten, Bags, also wir haben ja Plastiktüten, die sind alle beschriftet, nach den Schritten. Hier steht zum Beispiel Bag 3 drauf, und so geht das dann Schritt für Schritt bis zur Fertigstellung des Fahrzeuges weiter. Dann haben wir hier das, was wir hier gesagt haben. Ihr habt hier die Möglichkeit, Zusatzgewicht einzubauen mit diesen Platten, die eine Platte, beziehungsweise die Platten sind ja mehr oder weniger dabei, diese Stahlplatten, um das Gewicht nach vorne zu setzen. Dann könnt ihr hier vorne die Aufhängung mit 25 oder 30 Grad einstellen, also sprich, ihr könnt da den Winkel schon mal vorab verändern, je nachdem, wie rum ihr es baut. Ihr könnt natürlich auch gleich das Messingteil einbauen. Dann haben wir hier die, die neue Halterung, die quasi direkt auf dem Chassis und darunter wird noch mal diese 91 747 Stahlplatte 24 Gramm montiert und darüber ist das Servo am Chassis befestigt. Jetzt muss ich mal gucken, wie mein Chassis befestigt ist. Das ist aber im Prinzip genauso, wobei hier es noch mal geändert wurde, die Befestigung an sich, also im Gegensatz zu meinem Auto, sich das noch mal leicht verändert, die Befestigung. Jetzt ist auch oben drüber so eine Querplatte, die fehlt nämlich bei mir komplett. Also hier, der Lenkung hat da auch so eine Querplatte, also eine Versteifungsplatte, die das Ganze noch mal sichert. Ja, ansonsten, wie gesagt, Zusammenbau völlig easy, völlig einfach. Ich habe es ja bei dem Auto gesehen, solltet an den Stellen schraubensicherer anmachen, wo er schraubensicherer braucht. Dann haben wir hier die Einstellungsmöglichkeit am Lenkhebel, beziehungsweise am CH direkt. In der Höhe könnt ihr den einstellen und ihr könnt noch mal den Nachlauf einstellen. Also mit der Messingplatte vorne, beziehungsweise ich habe ja eine Messingplatte in meinem, mit der Kunststoffplatte, was ich sagte, 25, 30 Grad, plus das, könnt ihr den Nachlauf einstellen. und ohne das Chassis ist ja so typisch auch mit dem Kick-Up. Ja, hat ja so einen typischen Kick-Up. Ja, soll das Sprungverhalten ein bisschen verbessern. und vor allen Dingen habt ihr den Vorteil, wenn ihr springt und hier so vorne aufkommt, dann würdet ihr ja, wenn das hier so gerade wäre, tisch voll rein, in den, ich sag mal, in die Erde rein oder in den Teppich rein und so habt ihr ja eine gewisse Abgründung. Ich glaube, das war so noch der Vorteil, mal abgesehen davon, dass ihr gleichzeitig noch das Fahrverhalten durch den Winkel verändert. Ja, dann haben wir hier dieses 4-Spider-Kindeldifferential. Da unten, ich hab jetzt gar kein Kugeldiff gesagt, äh, Entschuldigung, wenn ich es vielleicht falsch gesagt hab, das werde ich dann nochmal ändern müssen. Hier ist der Aufbau dieser neuen, der neuen, äh, Oh, Octaluk, hm, LFC-Slipper-Pads oder des Slippers hier unten. Aber im Prinzip ist das mal prinzipiell derselbe Aufbau, nur eben, dass die Scheiben, die Pads sich halt geändert haben. Ähm, genau, das ist eigentlich der größte Unterschied. Aber was will man auch machen, der Aufbau ist erstmal, steht ja fest, man kann jetzt nur über die Materialien gehen und dann quasi, äh, das Ganze verbessern, dass das über den Lauf wesentlich konstanter ist, dass das vielleicht nicht Abbau durch die Wärme, weil da gerade am Slipper natürlich, äh, viel Wärme entsteht. Ihr werdet feststellen, es liegen keine Felden bei, keine Reifen bei, ähm, ihr braucht ein Servo, ihr braucht ein Fahrregler, ihr braucht einen Motor, ihr braucht einen Empfänger, ihr braucht einen Akku, ihr braucht Farbe, um zu lackieren und natürlich eine Fernsteuerung und wenn nicht vorhandene, logisch, braucht ihr natürlich auch noch ein Ladegerät, äh, um überhaupt laden zu können. Transponderhalter habt ihr dran, ihr braucht bloß noch einen Transponder, wenn ihr irgendwo am Rennteil nehmt oder ihr leitet euch einen Transponder dort aus. Ähm, ja, das ist halt, äh, das sind so die Möglichkeiten, die euch bieten oder die euch bleiben. Ja, mit diesen, ähm, ich glaube hier, man sieht es am Chassis hier, wo ist das Chassis? Zeige ich das schon wieder hier. Ähm, man sieht das hier, glaube ich, gut an den Löschern. Hier, ihr könnt den Wasserfall befestigen und ich habe euch ja gezeigt, ihr habt einen, eine lange Version und ihr habt eine kurze Version und, äh, dadurch könnt ihr jetzt einmal die vorderen Löscher nehmen und einmal die hinteren Löscher nehmen. Je nachdem, welchen, äh, Wasserfall ihr benutzt. Hier die Befestigung der Spurstange für den Akkuhalter. Hier gibt es noch ein paar Hinweise und Erklärung, was Casta, äh, Camber und so weit ist. Also, auch noch, äh, eine Option mal, äh, sich reinzulesen ins Setup, ist leider alles in Englisch. So, Explosionszeichnung, okay, alles bei. Also, ihr findet hier auch die Teile, äh, wenn ihr doch mal was kaputt gehen wollt. Ja, das war mal, der, also, RC10B3 TeamCat. Ich baue das Ganze hier zusammen und, äh, wenn ich den zusammengebaut habe, dann gibt es sicher mal kurz ein Review, zeige ich euch, äh, das Fahrzeug. Ich gehe noch mal ganz kurz durch und es gibt sicher mal kurz ein Video von dem Fahrzeug, wie das Ganze aussieht. Ich danke euch für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, klar, Daumen nach oben und abonniert den Kanal. So, noch mal kurz zum Abschluss. Hier wollte ich euch zeigen, die beiden Platten sind natürlich bei, 24 Gramm und das andere die 36 Gramm Platte, die einmal unter den Servo kommt und einmal unter den Empfänger und Fahrregler. Die sind hier, in der, in dem Beutel, dann haben wir hier diesen blauen, blau eloxierten Servo Halter. Zwei Stück. Einmal rechts und links. Hier, die Seitenbank vom Fahrzeug und, ja, dann hier halt, wie gesagt, das gibt es aus Aluminium und müsste es eigentlich auch aus Messing mittlerweile geben oder könnte es geben oder passt vielleicht sogar von meinem Auto, ähm, die 25, 30 Grad, äh, Fährlinger Halterung. Und hier, Gullwing, die Dämpferbrücke mit der feineren Abstufung. War ziemlich klein, aber dafür ziemlich dick. Das noch mal kurz, hier, etwas näher. Und, der Stapi Halter. Also, ihr habt den Stapi Halter, klar, für front und hinten. Das war mal noch ganz kurz und wie gesagt, coole Sache, immer noch. Das war jetzt noch mal ein kleiner Abschluss auf den, ach so, ja, mit 7, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 16, 20,